Mein Name ist Tartmund Jehle, ich bin Geschäftsführer der Firma Jehle Werbetechnik GmbH aus Böcklingen. Wir sind ein klassischer Werbetechnikbetrieb, der seit über 50 Jahren das komplette Portfolio der Werbetechnik anbietet. Fahrzeugbeschriftung, Schilder, Lichtwerbeanlagen, Digitaldrucke mit Weiterverarbeitung über CNC-Fräsen und Lackveredelung gehören zu unserem Alltag. Die CNC-Fräse ist aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Platte bedrucken, auf die Maschine legen, aufgrund der optischen Erkennung wird alles passgenau ausgefräst.